Meine Damen und Herren, eine Revanche! Oh, da habe ich auch ein paar Misplays gemacht! Der finstere General, und der finstere General hat das Fläschchen! Und ich habe nichts... Der hat eher größere Karten, da bringt der Feuerball wenig. Okay, wir haben kein schnelles Early-Game, das ist schlecht. Wir müssen ihn überrennen, das ist das einzige, was mir einfällt, wäre eine Möglichkeit. Ich habe nichts, ich habe nichts! Zum Turn-2 und Pass! Er ist Fläschchen! Er kann natürlich Rampen dadurch! Ganz schlecht! So... Oh, spukender Geist! Supercard! Wobei... Punishment! Na, wobei... Ich kann einfach mehr aus ihr rausholen, als ich so kann. Hm... Besonders durch die Heile. Kann sie mir vielleicht doch ein Value bilden... Oh, keine Waffe... Ja, ja, sie kann Value generieren. Okay... Das ist in Ordnung. Das sind alles Low-Karten, die kein Mensch braucht. Ich habe meine eigene Legendary, das ist wichtig. Das ist jetzt die Frage, greift er meine M4-4 an? Warte... Greift er mein Face an. Bitte Face. Die Wasser des Lebens! Okay... Ihr Ende von Reisen! Mutter des Schlamms! Gut! Gut! Richtig gut! Ähm... Ab ins Gefecht! So, dann habe ich hier schon mal was Großes. Hier zerstückele ich auch alles, was hier ist. Und jetzt kommen keine großen. Das ist... Gut! Das ist schlechter. Das ist schlechter. Obwohl, wobei, wobei... Gegen das habe ich eine Lösung. Naja, aber ich habe mehrere Lösungen. Hm... Erstmal brauche ich hier einen weiteren... ...Stück im Geist. Das kommt immer. Und dann... Joa. Gut! Der Gegner hat jetzt nichts mehr. Außer sehr viel Mana. Ich bin ein Kind der Finsternis. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt erwarte ich halt riesige Dinge. Diese Bäume geben mir Macht. Und es kommen jetzt auch riesige Dinge. Naja, mehr oder weniger riesige Dinge. Ich kann jetzt einiges... Uh. Uh. Kann ich spielen? So süßer der Sieg. Hm... Der Daedra-Dolch ist zu stark. Das kann ich spielen. Das kann ich spielen. Die 6-5 wird entweder da reinkrachen oder ins Face. Beides ist mir recht. Ich möchte keine Rune von ihm triggern. Die erste große Legendary. Und die werden wir los. Das ist das Schöne. Auf... ...diese Art. Nein? Wird doch... Dich kann ich ja nicht anschießen, nicht wahr? Kann ich nicht... Okay. Okay. Für euch war's das. Für euch war's das. Fecht. Ähm... Ja. Machen wir ihm wieder einen Kopf kürzer und warten erstmal. Der ist tot für uns. Ich möchte meinen dunklen Fuchs spielen können. Das ist wichtig. Den zu spielen ist extrem wichtig, aber... Oh, Moment. Warum? Achso... Ne, warum? Hast du keine Schatten bekommen? Achso, weil du taunt bist. Na klar. Vergas. Hm. Bei uns ist strahlender Klinge. Ich reite wie der Wind. Gut, gut. Wir kontrollieren. Wir kontrollieren. Egal, was kommt. Ich komm damit zurecht. Und jetzt? Die Nacht gehört uns. So sieht's aus, Jungs. Ja, wir gehen jetzt runter. Ich lebe, um zu dienen. Komm auf meine Seite, süßer. Ah, Leben und ein Tor. Ich bin die Nacht. Ich lebe, um zu dienen. Ich lebe, um zu dienen. Ist der uncool. Ich bin die Nacht. Abends. Bei Ontis strahlender Klinge. Für Blut und Glaube. Das darf ich mir erlauben. Gut. Sieht... ...schön aus. Hm? Ich bin der Panzer, der euch behüftelt. Schöner Panzer. Schöner Panzer. Sollte ich da irgendwas machen? Bei uns ist strahlender Klinge. Hier ist Kriegste und hier ist es. Ähm. Hier ist die Nacht. So sieht's aus. Ähm. Ja. Oh, den. Das kriegt ihr alles. Für Blut und Glaube. Ach shit. Jetzt trigger ich auch noch was. Naja, die 310 kann vielleicht reinrennen. Oh ja, die 310 kann reinrennen. Ich lebe, um zu dienen. Wer ist da? Junge. Das ist nicht notwendig auf der rechten Seite. Tötet sie alles. Und, wir haben gewonnen? Ah, auf der linken Seite kann noch was kommen. Ich bin der Panzer, der euch behütet. 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 ich möchte sie nicht diese bäume geben mir macht beim ist eine gute karte allerdings irrelevant sehr schön auch das hat geklappt jetzt wäre eine karte noch ich bräuchte eine karte die mir hilft gegen waffen silence verstummen einige untote und der 3 gekillt schön können wir machen sieger gebührt der lohn das ist so mächtig das ist so mächtig aber dass das genau das was ich gegen den nächsten gegner vermutlich brauche verstummen oh ja mein name ist es vom letzten mal und nun tritt der letzte champion vor boss fight musik dieser champion hat bisher jeden gegner besiegt auch diesen oh ja der gegner für gelangt zusätzlichen schaden zu gut das glaube ich noch gar nicht das nicht das kann ich die boss fight musik ist genial ich habe eine ersatz klinge in meinem stiefel was ist das schön ich kann nichts machen im moment so schönes ding okay ihr braucht jetzt einen starken arm das ist eine unterstützung könnte ich zerstören mehr könnt ihr nicht oh du bist gut du bist richtig gut oh du bist sich super gut mit jim erhitzen wir mal die gewünscht mhm not bad fordert mich nicht heraus mhm fordert ihn nicht heraus moment sowas machen wir am klügsten na es bleibt dabei bleib ins gefecht so was ist einfach ziemlich nicht 5 8 gebt mir eine klinge und eine weiche klede gebt ihm doch das ganze zeug tödlich habe ich gegen den tödlich ist auch nicht schlecht wobei auch ein taunt ich muss einfach naja wenigstens der fond weg tödlich ja wohl genau das brauche ich gegen diese art von gegner bei anderen werden überholt vom damage her Nein, hör auf damit. Shit, es geht weiter. Der mit seinem Diagfragmaß atmet. Not bad, was ich da bekommen habe. Not bad. Sehr gute Kombination. Okay, okay. Damit lässt sich das weg. Weg mit dem... Angriff. Ich töte dich an Ort und Stelle. Besser. Ich mach sie einfach weg. Das ist Gott frei. Das ist so knapp. Das ist so verdammt knapp. Ich habe eventuell gewonnen. Immer noch. Eventuell gewonnen. Kann ich doch machen. Genau genügend Damage. Das... Es triggert nichts. Und ihr habt gewonnen. Victory! Nice! Richtig, richtig... Nice! Das war jetzt ein Rush. Der letzte Gegner ist Busy! Gut gemacht, herausforderer! Ja! Ein dramatisches Ende verdient! Eine Belohnung! Yes! Her damit! Give me money! Oh shit! Wo? Ja, nett. Aber money! Und two packs. Two pack! Hm. Ja, das hat sich gut gelohnt. Moment, jetzt können wir die Musik wieder ändern. Und natürlich die Packs öffnen! Leckere Packs! Hm, yummy! Oh, jetzt habe ich dich gecraftet und jetzt kommst du. Trotzdem schön. Trotzdem schön. Ja, das Schwert, das immer wieder zurückkommt. Und nein, Kajit hat genug. Hat nicht genug. Nein, wir haben noch nie genug gewonnen, Kajit. Ich glaube, den habe ich sogar noch nicht mal. Nice! Schönes Ding. Hm, ähm. So. Was haben wir für neue, leckere Sachen bekommen? Du bist neu, ja. Aber du bist nicht spielbar, meiner Meinung nach. Auch wenn du sehr großes Value bist, du wärst höchstens in einem richtigen Late-Game-Deck spielbar. Also gar nicht. Du bist in der Arena ganz nützlich. Hatte ich dich auch noch nie. Ich werde dich wahrscheinlich auch nie im Constructed brauchen. Und der Dunkelgeist. Hm. Schön. Dann, was gibt es leckeres an das? Oh ja. Oh ja, eine epische sogar. Weg damit. Hm. Fast schon wieder genügend für eine legendäre Karte. Nice. Okay. Ah, das war leider ein zu kurzer Part. Äh, hier. Durchgerusht aber trotzdem. Super. Was erwartet uns beim nächsten Mal vielleicht? Schauen wir mal rein. Der Bürger des Kaiserreichs. Herzlich willkommen in der Arena. Ah, schon wieder rot. Hm. Ich würde mal gerne, glaube ich, grün-blau spielen. Vielleicht. Naja. Schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal spielen. Bogenschützer hatte ja eher eine Negativ-Erfahrung, obwohl man da ziemlich starkes Agro-Deck bauen könnte. Kampfmagier war da schon besser. Und Glaubenskrieger, damit habe ich noch nicht so viel Erfolg. Vielleicht probieren wir den mal das nächste Mal. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.